Hallo, ich bin's wieder, Omlin. Und heute nur kurz ne Info. Ich mache bald einen neuen Kanal. Ja, ich mach einen Kanal mit meinem Freund Mario. Ihr kennt ihn sicher. Mario kennt mich der Saric. Und ja, wir machen dann gemeinsam einen Kanal. Dort machen wir so Challenges und Zeug. Und wir haben da schon so einen Banner gemacht. Und ja, ich kann ihn gleich zeigen. Und dort machen wir so Challenges. Am Mittwoch machen wir den Kanal. Wir nennen uns TwoTigersTV. TwoTigerTV. Ja, findet ihr den Namen gut? Bitte schreibt es in die Kommentare. Wir machen Challenges und um euch zu unterhalten. So unterhaltsame Videos. Wir wollen gar keinem nachmachen. Wir machen nur unsere eigenen Videos. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Denn wir werden uns richtig Mühe geben. Und ja, wir werden noch lustige Sachen machen und Zeugs. Let's play's dann vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Wir machen so Sachen, die euch unterhalten können. Ich zeige euch mal den Banner. Okay, da ist mal der Banner. Und den hat mir Mario bei WhatsApp geschickt. Und so sieht der Banner aus. Ist er gut? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Weil wir müssen wissen, ob der gut ist. Ja, Omni, TwoTigerTV, Mario. Ja, ich finde mal, der ist gut. Ja, jetzt haben wir es mal. Den Banner. Und wir brauchen auch noch ein Intro. Das macht Mario noch, hat er gesagt. Ja, ich muss da auch was machen. Ich könnte den Instagram-Account erstellen. Also in den zweiten. Und ja, wir machen auch so Sachen, wo wir auch Kostüme nehmen und Zeug. Ja. Und wir machen auch so Rap-Videos, Contests. Wir wollen hier jetzt keinem nachmachen. Und so. Aber na ja. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Denn ich pushe jetzt mal jetzt, weil den Account macht er noch. Und wir arbeiten gemeinsam an das Intro. Am Mittwoch kommt das Intro und Vorstellung. Im Startpack würde ich mal sagen. Und vielleicht dann mal in anderen Beziehungen auch. Und wir brauchen auch gute Locations. Weil in einer Mülltonne können wir nicht filmen. Ja. Best Location ever. Also danach gehen wir in Wien mit uns in eine Cheeseburger Challenge. Aber mit ihm mache ich die, weil... Ihr wisst schon, was mir letztes Mal alleine passiert ist. Dort... Das ist ja gewöhnlich. Ja. Ich hoffe, ihr werdet abonnieren. Am Mittwoch kommt das erste Video. So. Ja. Das ist ja die Challenge und Zeug. Ich hoffe, ihr werdet es mögen. Weil wir geben uns richtig Mühe bei dem Kanal. Und... Ja. Wir wollten immer mal gemeinsam einen Kanal machen. Ja. Und jetzt machen wir es. Tschüss. Ciao. Bis beim nächsten Kanal. Na ja. Ich höre noch nicht bei diesem Kanal hier auf. Ich mache ihr weiter, aber bei dem anderen Kanal mache ich auch ein Video. Ja. Ciao. Tschüss.